Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um in Zukunft nichts zu verpassen, abonnieren Sie jetzt kostenlos diesen Kanal. Los geht's! Karriere Über das Internet wird Ihnen heute ein Angebot unterbreitet, das sehr verlockend ist. Wenn man bedenkt, in welchem Zustand Sie sich befinden, werden Sie leicht von den Vorteilen überzeugt sein, die dieses Angebot verspricht. Kurz gesagt, Sie lassen sich leicht täuschen. Seien Sie vorsichtig. Gesundheit Verschenken Sie eine gute Kommunikation, wenn Sie sich innerlich aufgestaut fühlen, zählen Sie bis 10, bevor Sie versuchen, Ihre Gedanken in Worte zu fassen. Der heutige Aspekt kann dazu führen, dass Sie ungenau sind, wenn es darum geht, die wichtigsten Dinge mitzuteilen. Ihre Emotionen können schwer zu kontrollieren sein. Werden Sie Ihre überschüssige Energie los, indem Sie, wenn möglich, im Fitnessstudio trainieren oder einen langen Spaziergang machen. Sie werden am Ende des Tages dafür dankbar sein. Liebe Mit der astralen Energie des heutigen Tages ist alles möglich, und wenn Sie dachten, dies sei ein gewöhnlicher Tag, dann irren Sie sich. Dies ist die Zeit der Anfänge, aber Sie werden nicht sanft sein wie ein Spaziergang auf einem Feldweg, mit Zeit zum Träumen und Schauen. Dies wird wie ein Blitzschlag sein. Jemand, der vielleicht ein Freund war, wird sehr schnell zu viel, viel mehr. Es wird eine völlige Überraschung sein, seien Sie sich sicher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder für Ihr neues Horoskop vorbei. Bis dann.